Servus? Noch nicht so. Aber es kommt. Ich bin Erika Liechti. Ich bin 31. Ich komme von Fleiken. Von Beruf bin ich Kundenberater bei der Bank. 32. Ich habe eure Nummer so gut gemerkt. Mein Name ist Thomas Barbe von Hasen Rüegsal. Ich bin 61. Und ich bin Laborant. Wir sind zusammen im Jodler-Club Hettyswil. Thomas ist der Chef-Dirigent. Und ich bin im ersten Jutz. Heute singen wir. Ich singe hier im Klavier. Jede Stunde. Wir sind so, dass wir nicht auf Jodler-Basis sind. Es ist etwa 2 Jahre. Viele Leute haben so ein Klischee, die Jodler können eigentlich nicht singen. Sind Sie bereit? Ja, ja. Sieht aus? Na gut. Für mich ist das absolut in meiner musikalischen Laufbahn etwas in den Höhepunkt. Und der Schritt nachher, vom Backstage auf die Stage, ist natürlich schon noch speziell. Und der Schritt nachher, auf die Seite. Du bist hier an. Ich bin nicht mehr. Das ist ein Geld.